Hallo zusammen, mich hier ist wieder der Hotschela und heute bin ich hier für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Erkundungsachievement und zwar finden wir das unter Erkundung Battle for Assert und dann heißt das gute Stück aus dem Leben eines Loas und dazu müssen wir, ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Legenden von verschiedenen Loan finden und es gibt anscheinend mehr Loa als ich dachte und dazu müssen wir in ganz Zandala unterwegs sein und zwar in Zuldazar, in Nazmir und in Vuldum. Wir fangen unten jetzt mal in Zuldazar quasi an und das Erste, was ich hier gefunden habe, will ich euch mal kurz zeigen und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 43, 77. Ich habe mir wieder hier die TomTom-Koordinaten rausgesucht, die werde ich euch selbstverständlich wieder in die Infobox reinpacken und das Allererste, was wir hier finden, ist die Legende der Loa Risan und Risan ist, glaube ich, dieser große, ähm, ja, Tyrannosaurus Rex, würde ich jetzt mal fast dazu sagen, dieser große Dino, der König, der Loa, der Könige, so rum, ist, glaube ich, Risan, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, er ist einmal abgehakt, ich würde sagen, wir schauen zum nächsten. Ja, dann sind wir am zweiten Spot und zwar ist das hier die Legende des Loa Jani und ich glaube, Jani ist dieser kleine, äh, Raptor, wo man immer diese, ja, diese Müllhaufen hat, wo man irgendwelche Missionen für den machen muss. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Chief und das werde ich später auch nochmal machen. So, da klicken wir mal drauf und haben die zweite Legende gelesen, ähm, diese Position ist hier unten und zwar auf den Koordinaten 48, 54. Dann sind wir jetzt am dritten Spot und zwar war der schon ein wenig besser versteckt. Wir sind nämlich jetzt hier oben auf den Koordinaten 48, 41 und, ähm, das ist der Weg quasi zu der Instanz hoch. Ihr müsst hier quasi nicht unten in die Ruinen rein, sondern den Weg zur Instanz hoch und dann biegt ihr hier einmal ab und lauft hier über, ja, dieses Gewässer und dann liegt hier ein Buch und das ist die Legende der Loa Paku und, ähm, ich glaube, Paku war dieser Flugsaurier, aber nagelt mich nicht fest, äh, jetzt wird mein Wissen langsam schwammig hier über die Loa. Und dann sind wir am nächsten Spot und zwar ist der bei den Koordinaten 47, 28. Einfach hier quasi diese Treppe runterlaufen und dann liegt hier die nächste Legende, Legende der Loa Shatra. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Loa ist, vielleicht hier von der Stadt Shatra aus Böning-Geselt, ich habe keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendeiner von hier sein. Und ich würde sagen, ähm, ich zeige das nochmal einmal auf der Map hier dran und dann laufen wir, würde ich sagen, direkt zum nächsten. Das scheint gar nicht so weit weg zu sein und jetzt kann ich mich gleich blamieren, ob ich es nicht auf Anhieb finde. Und zwar sollte das anscheinend hier bei 51, 28 da hinten irgendwo liegen. Und wir gucken mal, ob wir es finden können. Ah, hätte ich lieber den Wasserschreiter genommen, ha? Der wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Ah, schaut mal, da sehen wir schon was. Ah, da haben wir wieder ein Buch liegen. Und zwar Loa Gong. Einmal anklicken. Zack, da haben wir den nächsten. Und jetzt haben wir insgesamt schon 1, 2, 3, 4, 5 eingeheimst. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal zu den anderen noch rüber. So, beim nächsten Spot angekommen, haben wir hier die Legende des Loas Thor Kali. Auch noch nie gehört. Einmal angeklickt. Und wir sind jetzt hier in einem Lager. Ich glaube, das ist Allianz und Horde zusammen. Hier das Nessingvery, Nessingvery Posten ist das. Und wir sind jetzt auf den Koordinaten 67, 17. Und wenn ihr hier reinlauft, also sprich, hier ist dieser Eingang, ne? Ich laufe die hier rein, dann einmal nach links und dann hier runter. Und dort liegt dann zwischen diesen Körben und dem, ja, Gebäude quasi diese Loa-Legende. Hier nochmal auf der Karte 67, 17. Und jetzt werden wir uns einmal da ganz nach unten begeben. Die nächste Tafel haben wir jetzt hier relativ weit unten. Und zwar hier bei den Koordinaten 75, 67. Und das ist die Tafel des Loas Graal. Habe ich auch keine Ahnung, wer das ist. Wir drücken mal drauf. Und dann sind wir jetzt insgesamt bei, gucken wir mal rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und jetzt müssten wir aber noch eine Tafel quasi in der Hauptstadt, da Sa'a Lor haben. Und da gucke ich jetzt mal als nächstes hin. Dann sind wir jetzt am nächsten und zwar in der Hordenhauptstadt, da Sa'a Lor. Und das ist hier relativ weit oben. Also man kann es auch ganz gut mit einem Allianz-Char erreichen. Man sollte es vielleicht nicht so machen, wie ich das gemacht habe. Ich bin nämlich von unten reingeritten, habe gemerkt, das ist oben. Dachte mir, ah, scheiß drauf, ich reite hier einmal durch. Ich glaube, ich bin hier gestorben. Da sind relativ viele Wachen, wenn man da dreisterweise mit dem Mount durchreitet, wird auch PvP geflaggt, selbst wenn man nicht im War-Mode spielt. Also tut euch selbst einen Gefallen und lauft vielleicht von der Seite rein. Hier könnt ihr nämlich, soweit ich weiß, hochlaufen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Genau, also ihr könnt theoretisch hier hinten rumlaufen und dann einfach hier hochkommen, hochlaufen und dann dementsprechend, ja, hier ran. Beziehungsweise ihr könnt auch da einfach hinten über diese Hängenbrücke ran. Das geht natürlich auch. Und dann ist das Ding quasi hier hinten drin. Einfach hier draufklicken. Loa Zandala. Und ja, dann haben wir wieder eins mehr. Und jetzt sind es gar nicht mehr so viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind es noch über. Und die sind in den anderen beiden Gebieten. Und ich würde sagen, die schauen wir uns als nächstes an. Dann sind wir jetzt einmal hier in Nazmi angekommen. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 39, 54 hier unten. Und dort gibt es wieder eine Legende vom Loa Hirrek. Keine Ahnung, das habe ich sicher falsch ausgeschoben. Hierrek, vielleicht so eher. Und ja, haben wir die nächste eingeheimst. Und jetzt bewegen wir uns nach hier oben und holen uns die vom Bosandi als nächstes. Dann sind wir jetzt an der nächsten und zwar Legende von Bosandi. Und das ist hier unten auch beim Tempel von ihm. Bei den Koordinaten 39, 38. So ein bisschen was ist bei der Horden-Campaign quasi hier hängen geblieben, wo ich die gespielt habe. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten weiter. Die nächste Tafel haben wir jetzt einmal hier liegen. Und zwar Legende der Loa Krakwa. Warte mal, Krakwa ist glaube ich der Froschloa, ne? Der hier hinten irgendwo ist. Und zwar diese Legende haben wir einmal auf den Koordinaten 58, 48 liegen. Also sprich hier an so einer Ruinenwand. Seht ihr, hier haben wir diese zwei großen Pfeiler, die da eigentlich zu dem Raid hinzuführen. Und hier an einem Rand liegt das Ding dran. Klicken wir einmal drauf. Und tadaa! Da haben wir dann dementsprechend auch die nächste Legende. Das vierte und letzte hier in Nazmir haben wir hier unterm Wasser. Und zwar ist das hier die Legende der Loa Torga. So rum, Torga. Und das befindet sich hier oben bei den Koordinaten 72, 7. Und wie gesagt, hier einfach unter der Wasseroberfläche einfach nach unten tauchen. Und dort ist es auch direkt bei dieser Säule, die sieht man auch von oben. Und dann einfach draufklicken haben wir das auch. Und dann haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4 übrig für das letzte Gebiet. Und zwar ist das dann Voldum. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich in Voldum angelangt, nachdem ich nochmal zurück nach Nazmir bin. Denn es sind natürlich hier nur noch drei, die wir in Voldum brauchen. Ich hatte blöderweise das Bosandi-Ding nicht eingeklickt. Äh, ja. Macht ein Video drüber, aber kriegt es nicht in die Rolle anzuklicken. So, wir sind einmal jetzt, wie gesagt, in Voldum. Ich bin hier bei der Legende des Loas Cetralis. Das ist hier der Heilige quasi von diesen Echsen-Typen oder von diesen Schlangen-Typen. Die ist auf den Koordinaten 49, 24 und zwar hier oben. Da müsst ihr ja einmal diese Brücke rüber reiten und dann ganz nach oben. Und hier oben, links von der Eni, liegt es quasi. Diesmal klicken wir das Ding auch an. Und haben die nächste Legende. Und jetzt sind es wirklich nur noch zwei, die beide relativ weit unten im Gebiet sind. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal als nächstes hin. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar beim Loa Kimbool. Das drücken wir jetzt auch mal, dass wir es nicht wieder vergessen. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 27, 62. Und ja, das ist so ein bisschen hier neben dem Elite-Mob. Einfach hier so die Steine hochlaufen. Und da liegt auch schon die Rolle jetzt nicht sonderlich krass versteckt. So, dann haben wir es geschafft. Wir sind am letzten Spot. Und zwar Loa Akunda. Haben wir hier. Da drücken wir mal drauf. Und da ploppt dann auch schon das Achievement auf. Und wir sind hier auf den Koordinaten 42, 62. Und zwar hier in dieser kleinen Senke, wo es ein wenig begrünt ist. Ja, und das war es dann auch mit dem Video schon. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.